Heute haben wir nicht nur die Crew bei uns im Studio, sondern heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Bill Kaulitz! Guten Morgen! Super schön, dass du es geschafft hast. Gerade so. Ich muss es zugeben, es ist nicht meine Uhrzeit. Jetzt nur das große Kaulitz-Takeover zu machen, das ist zwar schon geil, aber das ist uns noch zu wenig. Dementsprechend heißt BigFM heute so. Das liebe ich ja wohl. Und damit ist es dein Sender. Schönen guten Morgen ihr Mäuse, ich freue mich sehr. Ich werde das heute mal gucken, wie ich das mache, ehrlich gesagt. Ich bin noch halb im Bett. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand schon wach ist um 6 Uhr. Das ist BillFM. BillFM. Deutschland. Mixter Beats.